Rivalen in Liebe Nadal und Djokovic feiern nach epischem Duell Das letzte Duell zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic war tatsächlich ein emotionales Spektakel, das die Tenniswelt in Atem hielt. Beide Spieler, die über ein Jahrzehnt hinweg als die besten Tennisspieler der Welt gegeneinander antraten, haben nicht nur zahlreiche Titel gewonnen, sondern auch eine bemerkenswerte Rivalität aufgebaut, die von Respekt und Bewunderung geprägt ist. In diesem besonderen Match, das möglicherweise das letzte ihrer beeindruckenden Karriere war, zeigten sie nicht nur ihr außergewöhnliches Talent auf dem Platz, sondern auch ihre menschliche Seite. Nach dem Spiel waren die beiden Spieler sichtlich bewegt und tauschten herzliche Worte des Respekts aus. Es war eine Feier ihrer Errungenschaften und der Freundschaft, die trotz der Rivalität gewachsen ist. Die Show der Legenden, in der sie sich begegneten, stellte selbst das Finale des Six Kings Slam in den Schatten, da sie die Zuschauer mit ihrem Spiel und ihrer Sportlichkeit fesselten. Diese Begegnung wird den Fans in Erinnerung bleiben, nicht nur wegen der sportlichen Höchstleistungen, sondern auch wegen der Emotionen, die sie hervorrief. Es war ein würdiger Abschluss für zwei der größten Spieler in der Geschichte des Tennis. Die Show der Legenden, in der sie sich begegneten, in der sie sich begegneten. Die Show der Legenden, in der sie sich begegneten.